Applaus 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 Und los geht's Es war der Start für über 72 Runden 63 Kilometer um den Preis der Sparkasse Linkefeld Bernerschein Applaus 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 So Glocke zur Wertung Glocke zur Wertung Und wir haben schon einen Spitzenreiter hier Glocke zur Wertung Wertungsrunde Fahrer Und vorne war die 45 hier Wertungsabnahme Jetzt gestrindet hier um 5-3-2 Ein Bump Glocke 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Die Startnummer 56. So einen Einen-Bump, der geht noch an die... Jetzt werden sie wieder schneller hier in der Welt. So ein bisschen Einigkeit hier und dann kann das nochmal entspannen werden. Wir sind ja immerhin noch 22. Jetzt bin ich fast angewandt, gewonnen in den Einen, in den Sieben-Wasser-Gedrunke. Bitte, Sie haben uns im Moment. Wir kommen zur Erwertungsabnahme. Hier werde ich nochmal mit in den Dunkeln. Und es steht bis immer noch auf dem kleinen Blatt. Erwertungsabnahme hier. Nächste Runde Prämienrundefacher. Nächste Runde... In der nächsten Runde gibt es Prämienlauen. Nächste Runde gibt es wieder Prämien zu gewinnen. Und natürlich nur ein Erster. Hallo, Herr Richtig. Hallo, Herr Richtig. Prämienrundefacher. Richtig, Herr Richtig. Sieht um Heilbronn. Richtig, Herr Richtig. Und jetzt kommt wieder an die Einen-Kranze. Prämienrundefacher. Prämienrundefacher. Hier oben zu sehen. Da ist die Stimme-Kranze. 30 Sekunden sind kleiner. Nächste Runde, Werdungsrunde. Alle ab, liebe Zuhörer. Die Arbeit macht gewonnen und die Ausung. Nächste Runde. Werdungsrunde ist jetzt aber mal richtig schnell hier. Die Abnahme der vorletzten Werdungsfahrer. Und diesmal ist die 10 vorne. Und 3 Punkte an die 43. Glocke zur letzten Runde. Glocke zur letzten Runde. Und hier kommt das Verfolgerfeld. Glocke zur letzten Runde für euch. Glocke zur letzten Runde. Glocke zur letzten Runde. Und die Fahrer bekommen hier euren Applaus für den Zielspring hier in Lingenfeld. Jawohl! Jawohl! Das habe ich da hatte, glaube ich. Zuerst mal Dankeschön an den Jürgen. Und 10 Punkte bekommen die Stadtnummer 48. Markus Koop vom Radreff Campus von. Sechs Punkte geht an die Stadtnummer 108. Raphael Kübler von der RSV Schwalbe Elmeningen. Vier Punkte erhält sich zuerst. Die Juniorenfahrer. Und zwar die. Dann bitte ich auf den Bordespunkt 3. Mit zwei Punkten den Drittplatzziel mit der Stadtnummer 102. vom ersten RV Stuttgart. Ja, Stuttgart. Applaus an Adrian Zuge. Und den zweitplatzierenden, fünf Punkte erreicht, hat hier der Lokalmanador. Vierstattnummer 1 und 1. Applaus an Luca Japschinski von LRV. Und Victoria Nibelt. Glückwunsch Luca. Applaus an Luca. Und ganz nach oben darf ich bitten, aus dem südbadischen, hier nach Nibelt gekommen, vom RV Schwalbe Elmeningen mit sieben Punkten des Renn gewonnen hat die Eiser, Raphael Kübler. Applaus hier für den Raphael. Applaus an Luca Japschinski von LRV. Spieger. Applaus. Glückwunsch. Applaus. Applaus. Der zweiten Platz, alles aus dem kleinen Plättchen gekurbelt, hat die Stadtnummer 10. 24 Punkte erreicht, vom Ralf-Tag-Klub Kriminalstein. Glückwunsch geht an Matthias Lastowski. Glückwunsch! Und ganz nach oben, aufs Wettbrenn, rufe ich aus Birnheim hergekommen, die Stadtnummer 43, 32 Punkte, Bankriterium erreicht, Hallo Rieping! Ein Wettbewerb!